also nun also ich kann mir das hallo gesagt am anfang das ist eine Meinung zu Salzstangen starke Meinungen und was er meint da hat man einmal ja ich mag Salzstangen wenn ich bin ich muss sagen hallo also ich will lieber gar nicht essen als Salzstangen von Aldi er ist mir so zu dick und zu viel Salz es schmeckt einfach mal die Kräste kennen wir mal so machen Ordi Prozent der Bauer von Aldi Prozent ich habe er soll haben oder 5 und der Strecke er hat ein weiterer Einfluss auf die Diener weiß dass er in Deutschland verschlossene am Anfang in dem Anfangen sich ein Buggy zu machen und dann er Solarmodule so zu holen Joachim die Hälfte aber auch abnehmen als erlernen ein dieser Fall ist jedoch schnell wenn man jetzt hier da hinten ein paar die Verbindung nimmt und einfach eine Höhle gehen und dann dort kurz mal abgebaut wie die Ereignisse bei der Runde und Rundfunker aber dann holt ich er und mal abliegt bei uns die weil jetzt die Höhle weiter die Bays hallo um sie weiter zu bauen brauche ich zu fahren warum ja zeig dir wenn es weiter ist dann helfe ich dir ok wir sind schon unten du hast ja keine verbindung gell ach so da hat es ja wo waren die noch mal äh es ist die eine die rausführt er hat war das steil ich weiß er hat was kann man auch in der erzten zuerst nicht mehr und jetzt kann ich direkt umbringen bringen wir mal er was ist das hier 6 was ist mein Kraft und die Problocks involviert muss haben einfach mein Kraft das ist ja auch immer so er schuld er ist in der Aufstieg ein Rundersen er glaube ich ein fettes Solarmodul äh, ne, war nur noch ein kaputter Robots aber hier ist Malarit äh, was? ach so oh mein Gott, ich wollte gerade das erzähl ich lieber nicht ich wollte gerade einfach äh ach so, ne, Verbindungen ich war noch mal kleiner Drucker ah, ich weiß nicht Verbindungen ich hasse das, also immer wenn ich außerdem bei einem Ebenungsblock vorbeikomme das ist dann jedes Mal mein Kanister vom, ja, vom, ja, ja, ich hoffe die ganze Zeit und dann macht er ihn nicht mal zurück ja, oder irgendwo ja, ich ändere es dann jedes Mal ah, wir brauchen jetzt eine stärkere Bohrenpassung guck mal, was die stärkere kostet Kupfer ah, echt ah, dafür brauchst du Kupfer, um die Welt abzubraden, meinst du? ne, ich dachte, das ist der, ich dachte, das reicht, das reicht nicht, und alles ist es ne ja, ich brauche ja die Verbindung wegwerfen, damit ich, solch die Verbindung wegwerfen, damit ich mehr Malachie tragen kann ja, vom und nun möglich wäre an die Verarbeitung lassen was ich einfach nicht hier und dann wenn man später weiterkunden wird kann man aber die mitnehmen ist doch smart und die will bei einer nicht noch mal erhebt und wir über die Energie mehr habe ich nicht gehört das war von mir da war die betriebe ist er wieder nach oben genommen also Quarz das auch wenn gelegt das Klaasus nicht aufgrund der Echthin bisschen schräg aber egal er hat man schneller nach oben er hat schon an der Nähe auch das ist erarbeitet das Problem die Gäste hat er vor mir war er und er fühlt Aachen Stadion Arsch stillen das was so drunter Kuhl er ist er glas muss daher nicht hast ist nun sei er war ja ich eine volle Seite voll mit Malachi und ich habe das ist der Räder Schöne zu sagen echt schön ein Wunderbar ich werde hier ist der Grunde genommen kann man es hier machen aber das mache ich jetzt erst mal Reis er hat auch so schnell fertig war krass was soll es ein Flutlicht ein Wolfram kostet das Prozent der Erlöser sein Solarmodul Kupfer er schadet hat ganze Kupfer geschmolzen anstatt einmal Glas Solarmodul let's go okay jetzt habe ich hier Solarmoduls ich würde sagen auf dem Planeten braucht man erst recht eigentlich mehr Batterien weil halt die Solarmodule noch noch randomer arbeiten als vorher die Dinger nachkommen er wird nun mit dem Jahr wie ich es ist die Bühne das Prozent sein soll er würde er aber dass er an der Tag ist da war auch sehr lange mehr man für die Kacke deswegen wie es hat er aber okay ein Mittelgross Solarmodul stellt vierfache von einem QTRTG her ja aber durch die QTRTG es geht der Strom schneller leer obwohl jeder Schmerzung und sogar auf Bruchton arbeitet so soll der Reihe gehen für so kackige... was brauchen wir sonst? Soll ich noch mehr Malachit holen? ja ja ich glaub nicht, dass wir noch mehr brauchen. Nee, guck doch mal ne ganze Palette voll und äh schon, wo willst du so viele Solarmodule überhaupt hinpacken, wir haben keinen Platz so viel doch, der war einfach nur der Plattform D ja, aber dann wird trotzdem das Malachit wird trotzdem ausreichend nö doch nö doch was war gegen jetzt? ah, ich weiß was ich mache ich bin jetzt mal der smarte Guy von uns oh fuck äh nicht der BMW äh oh mein Gott, sieh halt dein Maul ich sag Gott, was zu tun und dann kommt er mir mit so'n Scheißwitz oder Schmelzung kann sogar gleich nicht mehr nur Fuchton arbeiten, weil er nicht mehr auf Fuchton arbeitet, mach ich noch mal die ersten Zugang sooo, eine Palette Längerung und ein Arbeitslicht so, endlich, ein bisschen mehr Licht ja da hast du ja, wir wollen mehr Strom für, äh, für die Alien Base ja, äh, äh, oh nein stopp warte aus dem Waren Kalidor auch hier soll die Überraschung werden äh so, wir fangen mal an was? wie zu erlassen, den Feuer gemacht was? lacker ist geil was ist gut, äh zu dir nein ähm, ich bräuchte eigentlich nen Buggy äh, ich hatte gleich, äh, den mittleren oder garge gemacht welchen wo? die mittleren oder wenn n oder wo ist er, 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 wo ist er? the wie, Buggy im Inventar, was ist denn du? ach so, du hast einen mitgenommen, oder wie? hmmm und dann? ja warum kann ich das denn der trial? eh hallo ey die Gäste weil er ist ja ich auch nicht anheben so ein Blut ab war er es einmal so umkehrt man nicht aber er sollte es gehen und das wäre aber wenn er aus dem so ist das zu machen zu maler Klackler das ist die Dinger, ja. Ich weiß. Mach's weg. Alles Gunde. Äh. Ich guck jetzt. Äh, warte mal. Äh, wie krieg ich hier? Oh, hier hab ich eine Verbindung umgetreten. So. So. Jetzt. Du. Glaub ich hier ging das, äh. Äh. So, jetzt. Jetzt haben wir hier den offenen Bereich, weil ich will den nochmal kurz haben. So. Ah, das war ein Plan. Ich seh's nicht mehr, aber ich weiß, was du... Was? Okay. So. Äh, gibt's Alumin... Ah, doch, Aluminium gibt's überall. Hatten die ja gesagt. Äh, jetzt ist es ne... Fuck. Jetzt brauche ich noch Aluminium aus ner Höhle. Hä? Hm? Hier ist ne Verbindung gekappt worden. Echt? In der Höhle, ja. Warte. Ich glaub, weil ich so schräg war. So. Jetzt hat man hier Fall durch. Wie viel Hartz hier unten ist. Ja. Ah, die flieg ich hier runtergefallen, die Verbindung. Stell sie auf. So, die neuen Platatoren. Hier. Du hast dir ne Arbeitslicht gemacht, oder? Hm? Ja, ich hab ne Arbeitslicht. Ne Arbeitslicht. Gut. Und einmal die Verbindung. Was ist denn die Verbindung? Äh, guck mal in die Bills. Ne, ich bin grad nur in der Höhle. Eine Verlängerung. Halt deinen Maul. Achso, okay, gut. Ja kurz, ich hab jetzt das in der Höhle gefunden. Deswegen ich überhaupt in die Höhle gegangen bin. Aluminium? Ja. Ja. Aber ich hab kein Aluminium gefunden, sondern das, was ich mit Aluminium bauen will. Aber ein kaputt, Gott sei Dank. Ja, okay, hier ist ne Sackgasse. Dann baue ich dir die Verbindung, nehm ich die wieder mit. Hast du dir ne Sackgasse, oder? In der Höhle? Ne Sackgasse hast du noch nie ne Sackgasse gehabt in der Höhle. Alter, ist das ein Nervig, okay. Ist dann mal da hielt, damit wir das wissen, dann geh ich jetzt in eine andere Richtung in der Höhle. Okay, ich braue ja noch ein bisschen was. Dann mach das ruhig. Ich erlaube es dir. Na, das musst du... Ich alles machst du nicht. Ach, ich erlaub's dir, mach das. Da hast du keinen Scheiß reingetragen. Ich braue Hartz. Hartz 4, oder? Okay, hier. Wie ist das jetzt? Okay, den nicht weiter. Wie lange sagt das? Hallo. Na, guck mal wie hart sie hier ist. Weißt du, irgendwo in welcher Richtung die Höhle auch mal weiter geht und nicht sofort endet? Hm. Ne, hier hängt die überall nach zwei Sekunden. Ja, hier müssen wir aber auch noch. Ja, ja, da hinten ändert sich eine Zielgruppe. Und es gibt hier nochmal... Ah, hier kann ich vielleicht vor Ort, ne, geht's nicht aus. Ja, hier. Ich wollte nur kurz einmal gucken, ob das auch stimmt oder Fake News sind. Milizio. Koffer. Wir brauchen kein Kupfer mehr. Doch, brauchen wir. Koffer, was wir nicht verhindern können. Ist schon wieder Koffer. Ne, doch nicht. Ah, endlich Aluminium. Für den Buddy? Ja. Und generell wollen wir noch ab und zu mal, glaube ich, Aluminium. Also irgendwas von vorher gesehen ist passiert. Oh, das reicht. Soll ich noch irgendwas kurz hier ein bisschen umgucken und was noch zum Scannen mitnehmen? Ich weiß, ich krieg keine Luft-Ice-Tags. Ja, ist tatsächlich ein Minecraft-Block. Gut, dass ich eine Verbindung erzähle. Da werde ich mal, wo es lang geht. Ey, find das schön. Was denn? Wo ist? Ich guck's mir gleich an. Ich guck's mir gleich an. Ich guck ein bisschen husten. Ich guck ein bisschen husten. Na, weißt du was, wenn du schon hier Kopf abgebaut hast, nehme ich schon mit. Was soll ist das hier? Ach so, das ist ein Pelze, lol. Wie viel Kopf hast du denn abgebaut, wo du nicht einsammeln kannst? Bist du behindert? Hm. In der Part. Aber das Kopf war abgebaut. Krasse Genie. Ja. So, einer, du würdest vorher essen gehen, wenn du in ein Euro-Kennig gehst. Ey, ich esse gerne mal nicht gerne mit in den Magen. Ich esse einfach nicht gerne mit in den Magen. Das hat mich verlaufen. Hm? In der Höhle. Glaube ich. Ne, da geht's hoch. Oh, glückhaft. Ich habe aber nicht vor so hochgegangen. Ähm, doch. Nein, das sehe ich nicht. Ah, doch. Diese Tricks sind so komisch. Ah, der ist einfach immer nach vorne. ständig. Oh mein Gott. Ich hab das beste Eigen-Spiegel. 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 Ja, ja. Ich hab das beste Eigen-Spiegel. Ja, ja. Weißt du nichts, was du hier hinten gemacht hast? Du wolltest hier nicht die Forschungs-Spiegel machen, ne? Deswegen glaube ich gerade das. Guck mal, hab ich das beste Eigen-Spiegel gefunden? Hä? Wo hast du das gefunden? Da hinten auf dem Schraub. Warte mal. Ähm. Hä? 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 Is-Sex, träg ich mal um? Was? Is-Sex, 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 versuch mir mal. Versuch mir, sonst baue ich ein Loch in den Boden. Sekunde. Sekunde. Is-Sex, drei, eins. Zwei. Okay. Was? Wie heißt es genau? Geh mal mit der Maulzeige rüber. Schraub durch. Nein, nein, nein. Schraub. Ja, aber, aber, was steht da vor? Mit der Große. Mit der Große. Es gibt noch eine Große. Äh... Oh, ich glaub nicht. Ich glaub nicht. ich hoffe ich bitte zu Gott er will ich sogar Kinder töten ständig ich überhaupt noch mal Tag geworden oder es ist immer noch Nacht weil er lange nicht mehr das hat ich kann mir vorstellen dass ich aber wieder komplett dunkelbildend eine Minute zu Takt ist irgendwie aber ich kümmere mich ja gerade um dass wir keine Probleme mehr danach haben und ich habe das hier gebaut wenn ich auch drauf so gehe ist noch behinderten wer dafür dass wir mal eine ganze Folge nur so machen Kuba 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 ich weiß nicht ähm ja ja das war's mit dem QRTG auf der Plattform ist jetzt meiner jeden Fall für den Buggy Kuba und das ist der Scheißbatterie mh aber wo er sich Stroh machen ähm dann QRTG ja also ich kann die Partei also muss kein QRTG so ein QTRTG also muss kein QRTG so ein QTRTG ja 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 V so G alles gut vielen nah man ich hab in alles und ich heiße schatz um warte mal so auflade Dinger sind perfekt für den QRTG guck's mal an 1 6 hier das ist aber keine Auflade Dinger Scheiße wäre aber gottlos schon gut gewesen so weißt überhaupt warum ich hier um Kruse mit dem Baggi ich gehabt aber wird mich verarschen dafür habe ich mir den Baggi gebaut dass ich über diesen Bergfahrt und das sofort finde was sind siehst du da ich ein bisschen wütend bei der original ist der gleich bin ich bin grad komplett haben im Baggi gebaut und so nun mal ich hier vor der Verkastung durch ganz er suchte wie gesucht habe die Artie HAAA? Nein! Was ist das? Wolfram? Ah! Ja, aber wofür? Ja, dann fragst du dich jetzt bestimmt. Zuschauer wissen es bereits. So. Also es ist fertig gleich. Guck her. Ich hab das hier in der Zeit gemacht. Guck sie an. Für die kalten Nächte. So, jetzt. Siehst du es? Für den braucht man Wolfram. Ja. Wir haben nicht mal mehr genug Stroh, damit der Schmelzofen arbeitet. Weil die Verlängerung, glaube ich, fressen auch Strom als 6. Nein, weil du den Drecks, äh, äh, QTRTG weggemacht hast. Und wo ist deiner? Meiner ist dran. Siehst du? Das heißt, sie haben zu wenig Strom, dass da hinten was läuft, weil die Verlängerung, äh, Strom ziehen. Nein, sind sie nicht. Okay, weil wir wetten. Wenn ich jetzt abmache und der wieder ganz langsam arbeitet, dann habe ich recht. Hey. Oh, wunderbar, es passiert wieder, es macht die Scheiß wieder an. Ja, woher habe ich das jetzt gemacht? Gute Frage. Nochmal Wichser. Alter, wie knapp hast du nur die Scheiße gemacht? Ja, natürlich, ne? Alter! Ah, ich wette, die fressen leicht Strom. Ich fände es nicht. So, äh, wo ist denn jetzt der Ding? Ah, hier. So. Ich werde dafür die Batterien versetzt sich nach hinten. Und den mache ich aber nach vorne. So. QRT-Generator, QTRTG mache ich auch nach hinten. Dann mache ich nochmal eine Plattform extra für den Kohlenstoff. Christian, hast du jetzt hier das erste Kohlenstoff, das hast du jetzt sofort benutzt? Ich fange mir aus. Ah, nee, ist das auch nicht. So, ich mache jetzt Kupfer und so weg. Guck, wieder kein Strom. Es liegt an den Verlängerungkabeln. Weil ich den Dreckstruck angemacht habe. Ja, aber an sich aus wird es ganz langsam laufen, wenn die verbunden wären. So. Guckst du dir an, hast du Kohlenstoff-Generator-Klade angemacht? Nein. Dann mache ich ihn jetzt an. Warte, die Solarmodule arbeiten auf einmal. Ja, das eine oder das andere ist nicht an. Dann mache ich ihn aus wieder. Ja, ich muss ihn nicht anmachen. Warte. Ich schaue mal kurz auf und lege es hin. Nein, es ist in Schafe. Ich fahre vielleicht. Ich fahre vielleicht nicht in Schafe. Doch, für den Fall ist auch noch so. Ja, weil welcher Feld ist ein Schatten? Ja, ja, ja. Ich fahre jemanden. Nein, aber gar nichts. Da gibt es ja nur ein pearlsbetriebe. Da fällt es doch nicht so. Ja, ich fahre jemanden. Ich fahre jemanden, aber da ist auch nicht so. Ja, aber eben auch ein echter. Ja, ja, ich fahre jemanden. Ja, der dritte jemanden, ja. Ja, der dritte jemanden, der dritte jemanden ist. Aber ich fahre jemanden. was gesehen hast du irgendwo zwei jahre ich brauche zwei ich brauche zwei hast du das ja sogar kupfer was nicht mal geschmolzen wurde oder doch mal hier war es ungeschmolzen ja aber wenn keine pfeile wäre es ein dicker gelber strahl es sind sie bin ich nach vier hars aus doch sind es hallo hallo ja 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 wir haben wir zu geben Echt ein Lager hergestellt, hier extra für den Kohlenstoff. Junge! Die ist ja auch wie ich es gemacht. Ja, ja, es wird automatisch in den Modus-Trippe sein. Ja, 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 tauscht die Scheiße genau. Ey, Junge! Oh. Ja. So. Hab ich wieder Erde? Ja. Dann stell ich mal wieder ein bisschen Kohlenstoff her. Sollte reichen für dieses. Oh! Mit dem kann man, glaube ich, gefühlt schon alleine eine Alien Base herstellen. Äh, voll machen. Gefühlt. Warte mal, äh, warum liegt denn hier so viel? Was denn? Ja. Ja, 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 ja. Ja. Hier ist eins. Wie viel hast du? Ich glaube, eine. Keine Ahnung. Ich war noch wo. Soll ich schön da sein. Alien Base. Nur kurz. Achso, achso. Kannst du mir noch eine geben? Ja, ja. Brauche ich nicht. Mal meine Batterien. Ich habe Angst. Wir können dir die richtige Richtung zeigen. Ja, wir können was? Alles gut. gut. Go. Oh, diesmal schaffe ich es drauf zu springen, ich schwirre. Ohne. Ich bin so gut gegen Herr Tee. Ah, mein Ding ist kaputt gegangen gerade. Der liegt noch auf dem Jetpack. Er kann zwei und zwei fahren. Ich weiß. Danke. Jetzt sterbe ich. Oh. Bei Bin. Bin. Bei Bin. Bin. Wie viel gibt es? Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oha, das ist ja sau viel! Ja, das ist keine loinzer Ja. Nein. Auf der Erde waren auch sechs. Glauben wir vier oder fünf. Schöner, dass es laut ist, aber immer nicht so. Nee, ich wette. Haar und gemisch. Das würde Spaß. Das heißt, es war schon immer mein Job. Äh. Das weiß ganz genau was. So, bei mir ist Game gleich erzählen, dass es mir ja nach zwei Sekunden Nacht ist. Und zwar viel länger als Tag. Ey, nein, es wird grad irgendwie ein bisschen dunkler. Oder ich pült mich ein. Aber an sich aus, ich bin nicht bei den Echten, vor allem bei Tag. Aber das ist ja so eine Scheiße. So. 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 so ist das funktioniert nicht ich las das jetzt so fällt sich wenn sie statt machen nichts ich hab gar nichts gemacht was machst du da nichts nichts und dennoch haben wir es in dennoch nicht also so wie geht das nicht auf verstehe ich nicht mir ist aber zu viel Arbeit wieder normal zu machen Spaß mach's doch gleich wieder normal ich frage mich aber wie viele kleine Generatoren ich brauche um hier so eine Alienbase zu aktivieren Frage des Lebens was ist die Frage die Frage ist wie viele Generatoren häufig für diese Idee ist aha wir können euch immer denken variabel ach Strom danke für den Tipp oh in die Batterie hergenommen da heim vom Tha ach also ja baas ich mach's lieber dahin später hier ist ja sogar gemisch warum sagt mir das niemand früher ja hast du eigentlich noch Aluminium? sollte noch irgendwo was bestimmt da sein ich glaube ich drei gemacht oder so ja hier ist eins dann mach ich mir auch Aluminium weil die beiden der Kanzlein und Anleger nicht er ist in den Kriegern schon noch aber nur kurz Uhrzeit die Stille vorbei und das ist auch klar ja kommst du mit nach oben und ganz schnell anmachen und ausmachen kommt Kunde und sagen Prozent Prozent es ist nicht auch verarschen aber jetzt in der Auslösung der Nähe Prozent und so auf den Jetpack aber mit so viel Spaß auf Wiedersehen Kakao 1 2 3